Musik 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 Mische Mische Mission Impossible Ja Mische Mischen Mische Mische Ja ich bin ja wieder der Einzige der Hab ja gesagt das ist meine Beta Test Phase hier ne Ja achso Ich hab auch ein Bier Ja alles klar So ähm Machen wir auf 3 an Moderation Warte 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 Bin noch nicht fertig Das wird sich jetzt Outtakes zum Ende vom Video für gut machen Ich glaub das ganze Video wird ein Outtake Definitiv ey Das Spiel ist der Hammer Leute So egal wer das ins rein schneidet von euch Wird geil So raus Prost Prost Ich bin fertig Ich auch Fertig Jetzt traut sich wieder keiner runter zu zählen ne Ok fang ich an 3 2 1 Los Jo Äh Wir sind die 3 Radstuhlfarben zu lingeln Und arbeiten auf der Baustelle Baustelle Wir sind Müllmänner Ja Verrat doch nicht gleich alles Das ist doch die Überraschung Kann Wer hätte das gedacht gehabt Ja vor allem Warte mal Weng ist bei mir jetzt wieder so leise Warte Machen wir noch mal Pause Weng ist bei mir jetzt wieder leise Weng ist bei mir jetzt wieder leise Gürtel sitzt zwar ein bisschen eng aber ich glaube sonst schauen wir ganz cool aus mit unseren Sonnenbrillen Gut machen wir schnick schnuck schnuck wer fahren darf und im trockenen sitzt oder Gott ist das laut Ich bin der älteste echter Fahne Warte mal warte mal Warte mal Nein scheiße Du bist weggegangen ich konnte ganz kurz in deinen Kopf reingucken Rocktalks Oh das möchte ich dich sehen Warte 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 Stell ich nochmal dahin wo du vorhin standest Moment Oh ich kann auch in dich reingucken Echt Kann man irgendwo den Ton einstellen Du bist toll von ihnen Du auch Du bist voll hohl Gibt es eigentlich irgendwie eine Eko Perspektive Gibt es irgendwo eine Einstellung für den Ton Nein du musst komplett rausgehen Du musst aus dem Spiel rausgehen um Einstellungen zu machen das ist sehr benutzerfreundlich Das ist sehr schön Hey schau mal hier ist ein Hampelmann Hier ist Workout Das ist keiner von dir Ja ich weiß schon mal hinten draufsteht auf jeden Fall Was glaubst du hinten draufsteht Hahahaha Sollten wir vielleicht den Auftrag annehmen Wieso fährst du mit der Recyclingfahrt zu Wir sind Müllmänner keine Recyclinghansel Ja ist doch mal jetzt das gleiche oder nicht Nee Recycling ist Bio Öko Ach du Alter Spielwerk schiebt mich weg Du bist irgendwie voll weggeworbt Ich jetzt ja Warp warp Wer sitzt jetzt wo drin Schneit es bei mir Ja irgendwie ist das Wetter ganz schön mistig Oha Ups Max Ich hab glaub ich ne Delle rein gefahren So Frage Äh Aufträge Wer nimmt welche an oder Wer ist dir der Boss Wer ist das Geh weg da Geh weg da Oua Max Du musst auch Aufträge annehmen das weißt du ne Da muss ich Aufträge aufnehmen Nimm mir nen Auftrag an Äh Ich kann nichts annehmen Plastik recyceln Ja Recycling ist das grüne Auto Müll ist das Orangene Müll abholen da Job annehmen So wir haben Ich hab nen Job angenommen Alles klar Ist der drauf Bin drauf Ja gut äh Vielleicht erklären wir mal um was geht's Seid ihr hinten drin Nein Wir stehen hinten drauf Ups ich hab ne Frau angefahren Die Zuschauer können ja mal erraten um was es hier vielleicht gehen könnte Ja das ist ja schwer zu Boah das ist ja gerade Ich wollte da draußen hier ein Gewinnspiel machen Jetzt hast du verkackt Ja Ne ähm City Economy wir müssen quasi so die Stadtbetriebe hier vertreten Müssen den ganzen Scheiß machen Die der Bürgermeister wieder zu fein ist Und im Moment sollen wir Müll abholen Das Spiel ist so scheiße Sorry Ich seh jetzt schon alleine unten auf der Karte Guckt mal nur auf der Karte Welcher Pfeil bewegt sich? Der Rote Ja Aber nicht Der lila ne und der komisch hässlich blaue da Vor allem der Kartenausschnitt für uns Der verschiebt sich auch überhaupt nicht ne Das heißt die Rocktox muss uns dann irgendwo wenn er oben rumfährt Dann sagen wo er so ungefähr ist oder wo wir sind Ey ich muss erstmal die Mülltonne hier finden Ah ich hab ne Mülltonne gefunden Achtung Meine Ah Leute Du hast mal gegen die Ladefläche gelaufen So Das ist meine Gib sie her Ich war schneller Ne 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 Wauw 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 Ich wieg doch gar nicht Du bist gerade so gesprungen Du bist gesprungen bei mir Ja ist klar Okay Wauw Wir machen hier klassische Jobteilung Einer drückt den Knopf, der andere holt die Scheiße Ja genau Ey macht voll Sinn Guck mal hier und ich bring sie weg Ey der Müll hängt da drauf Sag mal hängt der Müll bei euch die auch noch dran? Der hängt neben der Mülltonne in der Luft bei mir Ja bei mir auch Ja Ja Das ist nämlich die Zukunft hier Da fliegt nämlich der Müll neben der Mülltonne Warte mal Meine ist jetzt wieder voll Ich machs nochmal Ja meine ist auch nochmal voll Ich glaub wir sind einfach asynchron Kann das sein Wir waren am Anfang waren wir so synchron Wo wir den Kopf gewippt haben Oh Gott So Setten wir Fahr mal weg mit dem Ding Jetzt ist sie leer bei mir Ja Naja Ne mir wirds immer noch angezeigt Vielleicht muss jeder von uns sie einmal ausleeren Ja Jetzt wird sie nicht mal angezeigt So Aufspringen Jungs wir fahren weiter Alles klar Bin dann drauf Achso ich kann hier so Lichter Ich mach mal Lichter an Hier hallo Sirene Was Sirene? Ja das ist nur ne Hupe Aber steht Sirene dabei Hast du die Hast du die grad betätigt? Ja Ich hab nichts gehört Ja du hörst auch nicht Drück sie gerade Du hörst auch gar nicht wie er der Motor hochdreht wenn Max fährt oder? Stimmt der läuft immer in Normalen Entschuldigung Mir ist ein bisschen Staub In die Nase gekommen Gut ich hol die Mülltonne Ja Lauf Alex Lauf Oh Gott ist das anstrengend so viel Arbeit Ja Ich hab mir sowieso immer die Frage Warum Leute Also nochmal digital arbeiten gehen Übrigens nur so als Info Ich hab grad mit der Kamera aus dem Haus raus geguckt Also das Haus ist irgendwie dann innen auch wieder durchsichtig Wenn die Kamera mal drin ist So wir können weiter fahren Oh Ai Ai Captain Moment Die nächste ist vorne links Okay alles drauf Ich sag mal so Ich hab das ja schon mal alleine gespielt Ne Hm Das war schon echt scheiß Aber jetzt ist das ganz lustig eigentlich Alter das Ding hat ne Bremse wie in Last Ja fahr mal rückwärts Fahr rückwärts ran Wah Oh mein Gott Entschuldigung fand ich absichtlich Ich bin auch rechtzeitig weggesprungen Wie mein Typ aber auch läuft ey Als wenn er irgendwie Keine Ahnung Das ist jetzt irgendwie sehr Sehr seltsam aus Ja genau Ja Gut angedockt auf jeden Fall Das Andockmanöver war erfolgreich Ja Oh Gott Ja Mein Gott Ich kann nicht fahren Ich häng Wir haben nen Anker ausgeworfen Rocktox Kann nicht fahren Was machst du da grade im Cockpit Ey du schiebst mich Das sah irgendwie komisch aus Was ich schieb dich? Ja ne Alex hab ich grad geschoben Warte Echt? Ja Ja spring auf Ne geht nicht Es ging grad egal Ja ok Eine Mütze haben wir noch Na hier vorne irgendwo Ja das ist die Frage wo die ist Falsche Richtung wurde Weißt du was mir schon aufgefallen ist? Was? Was denn? War kein Verkehr Stimmt Singleplayer war das alles voll herlos Das ist nämlich die Apokalypse Aber Die Stadt ist ausgestorben Ja hier kennt ihr Und wir sind Kennt doch Warly ne? Ja Dann römt ihr her da auf Ja und wir sind Wir sind die ganz braven realen Beamten Die ja immer arbeiten und ganz fleißig sind Will man eine Beamte? Nein Ich glaube teilweise glaube ich schon Wenn sie in der Stadt angestellt sind Ich bin schneller Nein Ja Passt weg Prügelt euch Willkommen in der Donnerkuppel Bläubi du hüpfst wenn du die Mülltonne schiebst Hey Sorry Du hast mich gerade weggeschoben als ich den Knopf gedrückt habe Ja Ich zeig dir wirklich die Ration vom Zwilling ne Ey schieb mich nicht weg hier Mach doch gar nichts Komm Dann pack's weg Ich fahr mal die Dinger ein Ich fahr mal die Dinger ein Ja Ja Auftrag erfüllt Wir müssen tanken Jungs Irgendwie brauchen wir es zum tanken Ich fahr an der Tanke würde ich sagen oder? Ja wo ist eine Tanke? Müsst du das nicht auf der schlauen Karte zu sehen sein? Guck mal da ist doch schon ein Zapfsäulensymbol Wo ist ein Zapfsäulensymbol? Fahr mal geradeaus Straße hoch Dann Straße hoch Okay ja du sagst dann Ja Dann ist es auch Mittag Okay es ist 16 Uhr dann ist Zeit für ein Nachmittagsbier oder? Definitiv Wir sind ja schließlich Beamte So hier vorne ist jetzt rechts Das Ding klingt Rechts okay Ja und du hast ein Stoppschild überfahren Du hast gerade Du hast ein Stoppschild Und auf der falschen Spur warst du Ach wir sind in England So Ich steck Ich kann nicht abstellen Ich auch nicht Ich fahr ja Er hat uns gefesselt hier hinten Oh Gott wir werden alle sterben Ja mit Tape oder so Also ich hab das mit dem tanken schon mal ausprobiert Du musst exakt parken Ansonsten frustriert es nicht Er hat doppelseitiges Klebeband an die Griffe gemacht Ja Jetzt können wir nicht mehr abspringen Oh doch ich konnte kurz Anbremse Tanken Kann ich nicht Alter geht das schnell Das ist ja wie wenn ich ein Keine Ahnung Ein Embed runterladen Sag mal wieso Wieso hat er mir jetzt Geld abgezogen dafür dass du getankt hast Ja Rollenverteilung Hat er euch allen Geld abgezogen vielleicht Oder nicht 5600 habe ich Ja ich auch 5600 und 8 Ja das ist wahrscheinlich Gemeinschaftskonto So Okay Wo ist denn jetzt hier äh Haupthof oder wollen wir noch einen fahren Ähm Ich fand noch einen Auftrag Ja Keine Ahnung Müll abholen Bezirk Job annehmen Diese ganze Stadt Wir haben ja nur 28 Stunden dazu Zeit Also Na nicht schlecht Die ganze Stadt hier ist eine einzige große Fußgängerzone Ja Das sind aber auch reale Zeiten die die genommen haben ja Normale Beamte oder Möllnweiner die kriegen wirklich 28 Stunden dafür Zeit O-Oρα 28 Stunden hol 5 Tonnen ab Hol 5 Tonnen ab Ja he Schaff dir das bis übermorgen vielleicht Ne Nein Nächste Woche Oh alles klar Ja auf jeden Fall also wenn wir hier Witze über Möllnwetter machen wir meinen das nicht ernst Die machen nen guten Job Was wollte ich grad sagen Die machen nen dreckigen Job So warte Spielwerk ich hab voll die geile Idee Du gehst nen Basic Ich hol halt die vorne Mensch Du bist so ne offensiersQui500 Wow Das ist der Wahnsinn Das hab ich schon mal gesehen. Das war... Draußen, vor der Tür. Du meinst in dieser Realität, dieser sagenumwobenen... Was, du gehst raus? In diese gefährliche Welt? Bist du wahnsinnig? Ja, im Fenster verdammte Scheiße, da guck ich höchstens raus. Der ist auch gefährlich. Warum springst du mit dem Container wieder rum? Dieses Geräusch ist auch super. Der Hammer. Warum hab ich hier mit deiner Tonne? Kann man die Tonne eigentlich austauschen? Also stell mal... Spiel, dass wir uns eine leere Tonne dann nach hinten stellen... Nee, das geht nicht, das ist markiert. Ich kann das nur in diese orangenen Markierungen hier reinstellen. Ich bin da rum, sprig damit. Das ist einfach so geil. So, ich fahr mal gleich weiter zu den nächsten Tonnen, aber die müssten ja auch irgendwas sein. Ja, fall weiter, lass mich alleine. Ist da vorne die Welt zu Ende? Oder sind da einfach nur keine Gebäude mehr? Ich glaub das sind keine Gebäude, weil laut Karte ist da was. Komisch. Wo meint ihr? So geradeaus einfach so. Die Straße runter. Ähm, wo sind die nächsten Tonnen? Die müssten ja auch irgendwo sein. Ja. Keine Ahnung. Auf der anderen Straßenseite, ne, oder? Sag mal vorne ein Pech, geht das ja? Ja, das geht! Echt? Scheiße, da hab ich mich ja selbst beschissen hier. Warte mal, kann ich auch noch vorne rein? Ja, Logo! Ich sitz in der Mitte. Ja, hier ist ein dritter Platz. Das machen wir mal Brotzeit, oder Jungs? Das ist 100 pro noch Platz. Passt auch ein Stück zur Vernunft oder so. Yay! Geil! Jetzt in an sich, das wär top. Aber zu fünft ist das sicher geil, wenn du zu fünft in einem Müllwagen sitzt. Ach, schläu dich. Da kannst du echt mit zwei Autos fahren. Obwohl, vor uns auf dem Schoß wär noch Platz. Ja, für Doc. Ja, ist offen. Oder ne, da hat er keine Trainser hinter Platz. So, da ist eine Mülltonne. Irgendwo anders noch eine. Um die Ecke vielleicht. Ja, ich guck mal an die Ecke. Links um die Ecke vielleicht. Bis um die Ecke gucken? Alles klar. Ey, voll die Profis am Werk. Ja, Logo! Ich würd sagen, wir können nächstes Unternehmen auch machen. Hier so ein Güllesauger oder so, weißt du? So ein Honigsauger. Güllesauger? Ja, ja. Woher kam noch mal das Entwickler-Team aus Polen, glaub ich, oder? Echt? Was war das nicht? Ich glaub schon. Wie, wir denken einfach, wie der mit dem Container springt. Ja, sorry. So. Oh, oh. Alter! Ich suche, der Container muss nicht irgendwo sein. Müsst du nicht im Aussteigen. Ich bin grad leicht abgelenkt. Ich glaub, ich weiß, wo er ist. Oh. Warte mal. Da haben wir, die ist bei mir noch nicht in der Ecke. Ich muss mir das mal genauer angucken hier. Was hier rumläuft. Was geht's denn? Hallo. Oh, schau mal, da kann man hinstrollern. Da ist schönes Hauseck. Was? Mach so. Ich hab grad irgendwie was anderes gedacht. Ja, ich würd auch irgendwas gerne rausholen. Ah, das ist so gut. Stroller möchte ich aber nicht. Nein. Da, 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 da. Ich kann's freihändig. Fertig. Wer sucht jetzt eigentlich den... Was habt ihr euch denn sonst angeschaut? Bei mir ist hier nun einfach... Ach so. Ah! Der Aha-Moment. Da hab ich jetzt gedacht, sie hat oben nichts an. Ich komm auch rumgeheizt. Warte. Ich fahr um. Ich fahr im Auto. Er ist überhaupt nicht jetzt hier. So. Ich komm dir entgegen. Ich fahr, das ist mein Auto. Nein. You shall not pass. Aua. Loll, wie hat ich weckschen? Im Fall. Wow. Ich bin stärker. Ich bin stärker. Versuch's doch. Komm noch. Ja.